Danke für deinen Besuch. Das geht schon los, ihr Seilaufgang. Bringt mir ein Aufbruch. Wo ist eins und wo ist zwei? Eins ist der Ulrich, der Levo, Tisch zwei ist der Ulrich. Der bessere Tisch. Andreas, du musst jetzt mit mir, du musst jetzt schnell sein. Und noch was? Ich habe ja noch zwei drum. Bis jetzt.